Servus miteinander, wir wollen heute ein bisschen über unseren Testspiel-Sieg quatschen. Ja, gegen die Young Africans SC aus Tansania, der Rekordmeister da unten, haben wir 2 zu 1 gewonnen. Ja, war ein munteres Spielchen, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht anzuschauen. Erstmal die Übertragung, der Livestream war eine 10 von 10, besser als wenn wir in Augsburg spielen, muss ich echt sagen. Munteres Kickchen, ganz schwierig zu sagen, auf welchem Niveau die Jungs sich bewegt haben. Sie haben auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt. Man spricht wohl von Zweitliga-Niveau, unteres Tabellendrittel. Aber ich muss sagen, die haben uns ganz schön gechallenged, haben sehr viel Dynamik, quirlige Spieler. Das, was uns ja auch so ein bisschen fehlt, mutig gespielt. Manchmal haben sie ein bisschen zu früh einen Abschluss gesucht, aber sonst wirklich uns was geboten. Ja, und wir haben es wieder mit zwei Halbzeiten, zwei Startelfs sozusagen gemacht. Eine Hälfte hat die Mannschaft gespielt, die andere Hälfte die andere. Mal ein bisschen drüber reden. Wer mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat, ist Steve Monnier. Der hatte viele gute Szenen, vor allem ja den Kopfball nach der Ecke von Engels, am kurzen Eck, wo er wirklich schön aufs Tor bringt. Da sieht man, das ist seine Qualität in der Luft, wirklich eine Maschine. Man nennt ihn ja auch Air Monnier, weil er so ein bisschen in der Luft schwebt, hat man das Gefühl. Plus einmal, wo er selber in der 20. Minute mit dem Rücken zum Tor den Ball abschirmt, dann sogar aufdreht. Na, das ist wirklich klasse und den Abschluss findet. Das hat mir auch gut gefallen. Bei ihm sieht man, der hat eine sehr gute Saison hinter sich, hat sich ja mit seinem französischen Klub ja auch für die Champions League qualifiziert. Der hat schon echt Qualität, auch mit Ball tatsächlich. War das schön zu sehen, dass er nicht nur ein reiner Mittelstürmer ist, sondern auch mit dem Rücken zum Tor wirklich die Bälle schön festmacht. Ja, also muss ich sagen, Monnier war für mich so ein bisschen in der ersten Halbzeit das Highlight ein bisschen. Da könnt ihr mir gerne eure Meinung sagen. Engels hat mir auch gut gefallen. In der vierten Minute hat Essendon den Ball gewonnen. Fehlpass von den Young Africans. Passt an auf Engels, der durchsprintet. Der legt in den Rückraum. Riesenchance für Rex, muss er machen. In der vierten Minute gleich zum Führung. Schade, Rex hatte auch noch eine zweite große Chance in der 22. Minute, wo Breithaupt auch einen schönen Ball spielt. Der hat mir auch gut gefallen. Der Tim hat schön geordnet und auch manchmal zwischen die Linien halt gespielt. Was ich viel mehr von uns mir wünsche. Zwischen die Linien viel öfters den Ball reinspielen, dann auf den Richtung Tor marschieren. Oft spielen wir mir zu oft quer quer noch. Gerade in der zweiten Halbzeit war das nahezu immer der Fall. Dementsprechend kommst du halt wenig vors Tor. Der Gegner kann sich immer zurückziehen. Rex Bitschei lässt den Ball schön durch. Engels wieder, der super links reinläuft. Den Ball flach vor das Tor wiederbringt und Rex die nächste Großschoss vergibt. Ja, also Engels hatte an vielen Torschoss seine Aktien an. Auch die Ecke auf Monier hat er getreten. Der hat mir ganz gut gefallen, wie ein Tim Breithaupt auch. Der, wie gesagt, öfters auch mal den mutigen Pass spielt. Das müssen wir öfters einfach machen. Ja, und das Tor fällt dann tatsächlich durch Elvis. Und da hat wieder, glaube ich, Tim Breithaupt den Ball zwischen den Linien gespielt. Auf Rex, der direkt weiterleitet, tief auf Petersen, der dann erkennt, dass der Torwart nicht gut steht. Und dann schlägt es ein. Auch wichtig für Mats hier, das Tor zu machen. Und auch für uns fand uns in der ersten Halbzeit besser. Aber die haben schon gezeigt, dass die was können. Achte Minute mal der Abschluss aus der Distanz, wo von links einer reinzieht, auf seinen Rechten vorbeiballert. Und 30. Minute Rieseschance. Schlotterbeck verliert den Ball nahe der Eckfahne. Muss er aufpassen. Dann spielen die Jungs in den Rückraum und der Ball klatscht gegen die Latte. Hat man Glück. Da hätten wir auch in den Rückstand geraten können. Also man sieht, die haben uns wirklich auch beschäftigt. Zweite Halbzeit haben wir durchgewechselt. Ascender hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Muss ich sagen. Hab noch nicht so sein Tempo gesehen. Aber er hatte mal zwei gute Ballgewinne. Und dann ja auch das eine, wo er einleitet, wo er Engels in Szene setzt. Rexbetschei war in Ordnung. Vergibt halt die Chancen. Aber welcome back Elvis. Hat sich aber wie immer reingeschmissen in alles. Und ja, am Ende ja auch den Assist gemacht. Also war sicherlich dann, wenn man so betrachtet, einer der besseren Spieler auf dem Feld. Und hinten Schlotterbeck mit einem Fehler. Jeff Souverän. Kudosu hat mal den Part rechts gespielt. Peterson links mit einem Tor. Zweite Halbzeit. Viel Wechsel. Kam nahezu nichts. Ich glaube erst so Richtung 66. Minute. Mal eine schöne Kombination von uns. Von Mert und Kabaday. Der Kabaday legt dann noch mit der Hacke auf Mert zurück. Mert entscheidet sich zu schießen. Leider drüber hätte er auch nochmal Okugawa anspielen können im Zentrum. Aber alles in Ordnung. Da war unsere erste Aktion. Da sieht man nach vorne war dann ganz wenig. Und was mich dann immer stört. Wir haben dann immer wieder statt zwischen die Linie zu spielen, also den Pass nach vorne nochmal breit gespielt. Und das dauert dann manchmal einfach zu lang. Es war öfters mal die Möglichkeit Okugawa anzuspielen, der sich im Zwischenraum gezeigt hat. Der wurde aber dann auch viel weg, also nicht gesehen. Und dadurch spielst du dann immer zu viel in die Breite und machst das Spiel langsam. Also zweite Halbzeit, sage ich ganz ehrlich, hat mir überhaupt nicht von uns gefallen. Das ist der Fußball, den ich nicht so mag. Und da waren, finde ich, die Young Africans wirklich besser. Haben Tiefe gefunden, haben Abschlüsse gefunden. War dann so ein 50-50 Ding. Sie waren leicht besser, die Young Africans zumindest, so wie ich sah. Wir haben aber dann das, was man braucht, wegverteidigt. Jäger auch Glückwunsch zum Einsatz. Gut gehalten, was es zu halten gab. Ich fand halt einfach, dass die Young Africans einen Ticken zu früh mal abgeschlossen haben. In der Bundesliga wird dann nochmal ein Pass gespielt und dann wird es halt richtig gefährlich. Dementsprechend bewerte ich das halt so. Und dann haben wir aber dann die Lösung gefunden. Okugawa kriegt den Ball vom Kabadai oder vom Gegner. Es war laut meiner Sicht kein Abseits. Masaya macht es auch klasse. Bis jetzt einer der Gewinner der Vorbereitung wieder mit einem Scorer. Findet die Tiefe. Spielt dann flach, genau im richtigen Moment zu Philipp Tietz, der nur noch einschweißen kann. Der trifft auch wie gegen Schwaben Augsburg erneut. Und Okugawa scort ebenfalls erneut. Also das war auf jeden Fall für die beiden sehr wichtig. Kabadai war für mich sehr unauffällig. Aber spielt, auf jeden Fall war er beteiligt bei dem Tor, weil von ihm kommt irgendwie der Ball dann zu Masaya. Genau, Arne Meier ist mir jetzt nicht sonderlich aufgefallen. Ordnet halt immer wieder das Spiel auch mit Seitenverlagerungen. Wüst hat jetzt für mich kein sonderlich auffälliges Spiel gemacht. Mert war in Ordnung. Er zeigt immer wieder sein Potenzial auch mit dem Fernschuss. Dorschi, dieses Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir nicht gut gefallen. Sehr viele Streupässe gehabt und Fehlpässe, wo ich von ihm gar nicht kenne. Oft einfach direkt dem Gegner den Ball in den Fuß gespielt. Dorschi muss sich auf jeden Fall steigern. Breithaupt war stärker an diesem Tag. So leid es man tut, muss man Fokus konzentrieren. Dorschi hat öfters auch mal zurückspielt, dann auch in die Füße vom Gegner. Da kann er mehr, kann er mehr, muss man sagen. Einmal einen Fernschuss, da war er zumindest beteiligt. Wünsche ich mir allgemein öfters, dass Dorschi aus der Distanz einfach mal einen Hammer auspackt. Kann viel mehr Tore machen. Der hat echt einen guten, schönen Abschuss aus der Distanz. Petkov war Notlösung auf links, war okay. Banks auf rechts, ist einfach kein Rechtsverteidiger. Das sieht man einfach. Pfeiffer, finde ich, hat sehr stark verteidigt. Also an ihm gab es kein Durchkommen für die quirligen Young Africans, die es immer wieder probiert haben. Aber Pfeiffer ist einfach an dem Brett und auch recht schnell super verteidigt. Fand ich auch einer der besten Spieler auf dem Feld. Bauer auch solide, aber beim Gegentor, wo wir per Flanke ja kriegen, sah er, meine ich, nicht gut aus. Muss er näher am Mann stehen, dann schlägt es nicht ein. Und dann wurde es halt nochmal eng. Haben wir nochmal zugelassen, dass das Spiel so ein bisschen kippt. Das ist halt so. Die haben nochmal Aufwind bekommen. Der hier macht der Torschütze. Wie heißt der? Baleke, der Gute. Dann hatten sie tatsächlich die riesen Chance. Flanke kommt wieder von derselben Seite. Dorsch versucht zu klären, verlängert ihn aber auf dem langen Pfosten genau zum Young African Spieler, der dann aber Gott sei Dank vorbeischießt für uns. Und so sieht man, so wäre das Spiel dann auch fast unentschieden ausgegangen. Im Großen und Ganzen gewinnen wir nicht unverdient. Aber ich finde, dass in der ersten Halbzeit wir besser waren. In der zweiten Halbzeit sage ich sogar echt Young Africans stärker. Es ist schwierig so zu bewerten, weil wir nicht wissen, auf welchem Niveau letzten Endes die sich da wirklich bewegen. Man muss schon sagen, in Tansania sind sie halt Rekordmeister und schon eine richtige gute Mannschaft. Dementsprechend kann man das halt nicht so ganz bewerten. Wichtig ist, dass wir ein gutes Testspiel hatten. Keine Verletzte. Und ja, eine schöne Erfahrung, wie ich gesehen habe. Im Stadion war leider wenig los. Ich weiß auch nicht genau den Grund. Aber in Afrika ist die Produktion sehr aufwendig. Plus, wenn man guckt, wie viele Aufrufe das Video gestern auf YouTube hatte, wie viele Kommentare. Viele FCA-Fans aus Afrika haben wir wohl scheinbar auch dazugewonnen. Das weckt natürlich auch Sympathie. Das ist natürlich dann eine tolle Sache, wenn ich sehe 70.000 Aufrufe auf die Highlights. Solche Zahlen kennen wir nicht. Dementsprechend hat sich diese Reise dann am Ende vielleicht auch gelohnt. Viele waren gestern schon sehr negativ, weil die Stimmung da nicht schlecht war. Und dann fragt man sich, warum lohnt sich das am Ende? Am Ende muss man abwarten und bewerten, wie die Verbindung dann zu den Leuten dort ist. Und man sieht, in Afrika und Südafrika waren die Leute sehr dankbar. Und es hat dort schon Aufmerksamkeit erregt. Vor allem jetzt hier in den sozialen Medien auch. Also immer abwarten mit der Bewertung. Ich finde es cool, dass wir sowas mal machen. Einfach mal zwei Wochen Abenteuer vorbereiten. Wird trotzdem intensiv sein. Man darf das Spiel auch nicht überbewerten. Wir sind natürlich mit müden Beinen auch drin. Wir sind voll in der Vorbereitung. Spielformen sind jetzt noch nicht im Fokus bei diesem Teil der Vorbereitung, sondern viel intensive Trainingseinheiten. Das muss man hier einfach auch ganz klar sagen. Dementsprechend ist es bei uns auch alles nicht sehr gut aus. Aber ich finde, erste Halbzeit ordentlicher Spielfluss. Zweite Halbzeit deutlich nachgelassen. Wenn wir es genauso bewerten. Ihr könnt mir mal gerne eure Spieler des Spiels reinschreiben in die Kommentare. Wer hat euch gut gefallen? Ich fand, wie gesagt, Monet, Engels, Breithaupt in der ersten Halbzeit, die mir so positiv aufgefallen sind. Und in der zweiten Halbzeit war dann keiner so wirklich, den ich hervorheben kann. Am Ende bisher die Gewinner schon Okugawa und Tietz, weil sie am Ende halt wieder einen Scorer-Punkt haben. Aber sonst war zweite Halbzeit schon deutlich zäher. Und natürlich Patrick Pfeiffer fand ich fast am besten in der zweiten Halbzeit, weil der wirklich alles wegverteidigt hat. In diesem Sinne, Leute, danke wieder fürs Zuhören. Danke allen meinen Kanalmitgliedern und Unterstützern. Sorry, dass es ein bisschen später war. Ich habe gestern einfach ein bisschen die Sonne genossen. Wollte einen schönen Tag haben. Auch das Spiel ganz entspannt geguckt. In diesem Sinne, bis bald und ciao, ciao.